Inne, Miene! Oh, sie macht Pipi. Und hier wohnt sie. Also hier ist der Schulhof. Da geht es ums Eck, da können wir jetzt aber nicht hin. Ui, da freut sich jemand. Sie muss hierher gehen. Oh, sorry, Sie müssen hierher gehen. Da bin ich dumm, da war gar nicht der Schulhof. Hier ist der Schulhof. Inne, Miene war 2015 schon mal bei uns. Da wurde sie auch von dem aufgesammelt. Da wurde sie auch kastriert. Auf den Hausmeister registriert. Der hat sie auch gestern schon vermisst beim Füttern. Ja, hier kennt man sich jetzt aus. Bye, bye, Inne, Miene. Mach's gut. Noch einige Treppen zu steigen, ey. Ja. Nein. Nein.